okay wir haben noch eine zweite chance das ist gut aber sonst verstehe also ich verstehe nicht warum diese spezial arena kästen warum sind die nicht immer da einfach so an sich wird es doch niemandem schaden wenn die immer da sind also macht er nicht so den großen unterschied also offensichtlich schon aber nicht so wie ich das eh ja bitte verwalten bitte weil aufgrund des blöden kampfes immer die ressourcen verschwendet wie nichts anderes er gehört halt auch dazu ne man kann nicht immer alles klappen ich muss auch ehrlich sagen ich bin ganz ganz bin ein bisschen verwundert weil im schnitt verfehlen wir glaube ich nicht so viele quests also da muss ich schon sagen bin ich schon verwundert dass ich da nicht öfter das ganze sehe wenn man bedenkt es halt mein erstes monster hunter ist ne ja gut der erste schlag war jetzt zu semi ich bin schon in der Mitte hier einmal ich bin schon in der Mitte hier einmal so ja Ich dachte, ich habe mal eine nette Begrüßung raus Was ist denn los? Ich nehme ein Explosionsteil Was ist denn los? Das war jetzt nicht negativ gemalt Also Alles gut Das war Keine Kritik eigentlich Sondern das war eher so Mann Ja gut, okay Da bin ich Schön reingerollt In seine Attacke Mach aber nichts Ja, das war gar nicht Ja, das war gar nicht Jujan, wo bist du? Wenn du nicht tanzt, sondern machst, was ich sage Ja Der denkt sicher auch alles klar, der fuhnt gerne Luft rum, mach ich auch gerne anscheinend. Ich bin mit dem Kampf übrigens deutlich zufriedener als mit dem eben, ja, ich kämpfe viel besser, ich schätze ihn besser ein. Gegen ihn muss man einfach ein bisschen ruhiger spielen. So, man muss einfach wissen, okay, ihn einfach angreifen lassen und dann hat er auch wieder seine träge Phase. Und dann ist alles gut. Selber ab und zu mal heilen. Ja, das ist ein Ende, es hilft mir das schon weiter, ne, also, weil wir haben ja eben jetzt auch Belohnung bekommen, zum Beispiel. Gut, das ist nicht gut. Wie ich finde übrigens auch deutlich besserer Drachensperr gewesen. Also, sah halt deutlich besser aus. Jetzt muss ich aufpassen. Jürgen, wo kommst du es hin? Okay. Jürgen hat die auch gut platziert, das muss man Jürgen jetzt auch lassen, das war gut gemacht von ihm. Das war nicht gut gemacht von mir. Beide brauchen einmal kurz Pause hier. Aber ist gut, da ist klar, weiter geht's. Okay, du möchtest, dass ich mich noch ein bisschen heile, das ist auch okay. People said, ich komme, ja. Okay. Und jetzt mal eben gucken, ob wir irgendwie mal eine ruhige Minute finden. Kannst du bitte nicht das genau in mein Gesicht schleudern? Es wärmt einfach die Attacke und hat damit auch noch Glück eher. Aber ich hab mich ja vorbereitet. Maxi-Tränke müssten wir eigentlich noch herstellen können. Also die Seiten praktisch eigentlich für die Verwendung hier in diesem Kampf gut sein. Jetzt mal nach oben gucken, ob die Steine wieder fertig sind. Der lässt mich wieder von der Wand nicht weg. Ich sterbe wieder, weil ich von der Wand nicht wegkomme. Ich wusste es. Aber diesmal hab ich den K.O. Bonus von Julian noch. Nein. Oh Ja, ich musste gerade mal eben hier wieder auf Heilung wechseln Ich hasse diese Kommande dafür Ich habe gerade gesagt, ich hasse diese Raumattacken, warum hasse ich die? Weil die ja leider effektiv gegen mich sind meistens Aber an sich finde ich sie cool Also Ich gucke mal ein bisschen in die Mitte wieder hin, ja. Oh, Kricker hat er. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. jetzt macht es aber schlapp gerade ach deswegen machst du schlapp, hä? ich dachte, wir wären auch lange nicht so weit weil ich gemerkt habe, dass die Zeit vergangen ist in dem Kampf das ist ein guter Kampf ich dachte, eigentlich kommt noch ein bisschen was aber umso besser, wenn wir es schon geschafft haben ich weiß doch gar nicht, wie viel fehlt eigentlich noch um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht ne, aber richtig schöner Kampf also ich muss sagen, Uragan gefällt mir sehr, sehr gut richtig guter Kampf, macht richtig Spaß gegen den aber bevor wir jetzt weitermachen mache ich mir eben einmal was Neues zu trinken ich gehe damit einmal kurz in die Pause und bin dann gleich wieder da bis gleich bis jetzt wird es bis jetzt 2 bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt